Einen wundervollen Wochenstart in den Nikolausi am 6., Sperrtage am 8. ab dem 8. bis 21. Bevor dann die Rauhnächte beginnen, haben wir erstmal die Sperrtage und diese Woche zwei Portale am 9. und am 10. Und der Gingo begleitet uns den ganzen Dezember über. Er ist sowas von widerstandsfähig und kraftvoll. Und auch die Karten von Petra Arndt in die Stille gehen und die Gnade haben sich für den Dezember mit dem Erzengel Raphael gezeigt. Ja, es geht um Heilung, um Vergebung, vor allem sich selbst vergeben, dadurch auch in die Stille und in die Meditation gehen. Und diese Krafttiere haben sich ganz dringend mir, ja, die sind so rausgesprungen, das war der heile Wahnsinn. Es eröffnet sich was, das schwarze Ei am Hinterdeck. Also da will sich eben was zeigen und das ziemlich kraftvoll diese Woche. Ja, kein Wunder, mit diesen Portaltagen hilft uns Erzengel Raphael völlig in diese Heilung zu gehen, in die heilige Energie hinein zu fließen. Und dazu möchte uns das Reh begleiten mit der Sensibilität. Und das Reh wird oft unterschätzt, denn es ist sehr, sehr, sehr kraftvoll. Es kann sich absolut wehren, aber möchte halt nur in den Kampf gehen, wenn es unbedingt sein muss, dann zeigt es seine Kraft. Und auch das Zebra, Licht und Schatten, ja, aktiviert sein drittes Auge und verbindet diese kraftvollen Elemente in ein Einssein hinein. Und wenn dich diese Krafttiere ansprechen, dann google sie mal, auch Kim Kranz sehr zu empfehlen. Mit seinen Krafttieren oder mit ihren Krafttieren über Animal Spirit, The Wild Unknown von Kim Kranz. Der Löwe, den hatte ich auch letztens schon im Orakel mit drinnen, dieses Feuer aktivieren, das innere Feuer und seine Wahrheit jetzt zum Ausdruck bringen. Also mutig sein, vor allem dieses Selbstvertrauen, sich selbst vertrauen und dann in die Aktion gehen, also seinen Herzensimpulsen folgen. Und dazu möchte auch nochmal der Elefant kommen, er räumt alle Blockaden aus dem Weg und manchmal setzt er auch ganz bewusst eine Blockade, um zu zeigen, dass es da eben nicht weitergeht. Also auch hier diese kraftvolle Feuerenergie und auch das dritte Auge, was hier nochmal angezeigt wird, also seine Intuition und seinen Visionen folgen. Ja, und der Elefant vergisst nie. Also gerne dazu auch den heiligen Ganesha im Indischen dementsprechend googeln. Also gerne diese Krafttiere, Licht- und Schattenaktivierung ins Einsein, auch da eine kraftvolle Intuition. Das dritte Auge aktiviert sich auch hier, also die Lauscher werden aufgestellt, die Antennen werden dementsprechend ausgerichtet, ganz stark hier bei diesen Tieren angezeigt, auch beim Reh. Das hört ja schon alles meilenweit und vor allem der Elefant, der sich immer, ja, der über Hunderte von Kilometern auch hören kann. Das ist wie so ein Seismograph, seine Ohren, also er kriegt da alles mit. Er wedelt sich auch dadurch natürlich die Insekten so ein bisschen auf Seiten, aber letzten Endes sind es ganz große Antennen, die hier zum Vorschein kommen, die sich eben ausrichten. Auch die Menschen konnten das früher, die konnten ihre Ohren bewegen. Vor, ja, Evolutionär hat sich das jetzt dann dementsprechend anders da ausgerichtet. Aber ich denke da immer an die Aborigines, das Urvolk, was seit 100.000 Jahren weiter besteht und seine Traditionen auch dementsprechend weitergibt. Soll ich jetzt so sagen, kommt so durch? Und der Löwe und das Lamm in der Christusenergie, ja, der kraftvolle, herrschaftliche oder herrscherinschaftliche Energien, die hier jetzt sich preisgeben, in dir deinen Mut zu vertrauen und durchzustarten im Dezember. Also die Wahrheit auszusprechen. Denn wir haben am 13. den Neumond schützen, möchte ich nochmal sagen. Der schießt ja bekanntlich den Vogel ab. Den Condor kann mir als Kraft ja gerne googeln. Und dann der Vollmond am 27. im Krebs, der nochmal alles rausgräbt, emotional, um dann in die Heilung zu gehen. Also es eröffnet sich diese Woche was, vielleicht auch mit dieser Nikolaus-Energie dementsprechend. Öffnet sich das chlorreiche Ei, das schwarze Ei. Ja, wird ganz hell, ne? Da zeigt sich was. Da geht was in die Neugeburt. Eine Neuentstehung. Deines Selbstvertrauens, deiner Intuition, deiner Kraft, deines Wissens und deiner persönlichen Herzenswahrheit. Und dazu haben wir ja den Raphael, der sich also seit Monaten in meinen Monatsorakeln immer wieder zeigt. Heilung, Heilung, Heilung. Was Neues offenbaren. Schaut aus wie eine Fruchtblase. Der Gingo, der sogar die Atomkraft Amerikas überlebte in Japan. Die drei heiligen Gingos, die weiterhin im Tempel dann stehen blieben und am darauffolgenden Jahr blühten. Gerne dazu mein Monatsorakel dementsprechend anschauen und die wundervollen Engel, der Stille von Petra Arndt und die Gnade, die uns jetzt in der heiligen Zeit Dezember begleiten. Und dazu kamen noch die kleinen Engelchen, der kleine Engel von Petra Arndt. Ich lege es mal hier drauf auf das Reh. Psst, dein Herz hat dir was zu sagen. Ja, folge deiner Intuition. Und dann noch ein Engelchen, Licht vertreibt Dunkles. Und ich denke mir, es geht jetzt um die Verbindung von hell und dunkel. Ying und Yang, männliches und weibliches Prinzip ins Einsein zu bringen und endlich mal aufzuhören der Unterschiede zwischen Mann, Frau, wer was besser kann oder Sonstiges. Das hat doch alles gar keinen Bestand mehr. Wir sind alle eins. Wir sind alle göttliche Wesen. Und haben unsere Schöpferkräfte in uns. Und wir dürfen immer das männlich-weiblich-weiblich-männliche Prinzip in uns vereinen. Und kraftvoll in unserem Wissen, in unserem Schöpferwissen, in unserem Schöpfergeist zum Ausdruck bringen. Und das schwarze Ei, wenn es sich zeigt, dann steht da was ganz Besonderes vor der Tür und entpuppt sich. Und dann steht da was ganz Besonderes vor der Tür.